Jau YouTube, was geht? Ihr sagt jetzt, wow, was ist denn da los? Ja, das ist in der Motion, ich rausgesucht, ich hab extra mal so ein bisschen was Neues rauszunehmen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, in dem Video geht es natürlich um Teil 2 der Reihe Gods vs Pyro. Und wir waren wirklich nur zu zweit mit ein paar Random Teammates. Ihr wisst ja, Random Teammates sind eigentlich voll die schlechten Teammates, die so echt gar nicht so gebrauchen. In dem Fall war es aber richtig lustig. Am Anfang bin ich ein bisschen abgekackt, dann hab ich aber Höhepunkte gehabt. Die Höhepunkte hab ich für euch rausgeschnitten, damit das Video auch ein bisschen schneller geht. Dementsprechend viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns, wieder schauen. Danke. Drohne nähert sich. Feindliche Drohne nähert sich. Beute erledigt. Beute erledigt. Beute erledigt. Wer ist erledigt. Beute erledigt. Drohne erwartet Befehle. Seraph ausgeschaltet. Seraph ausgeschaltet. Drohne zerstört Sichtpuls bereit Beute erledigt Vorräte unterwegs, Drohne nähert sich Granate Spekter pulverisiert Seraph ausgeschaltet Soldat erledigt Spekter eliminiert Feind ausgeschaltet Ausgeschaltet Aufgeladen ein abschluss bedrohung neutralisieren wir liegen vorne nicht nachlassen beladung eingesetzt vollstrecker die spektra finalisiert, treiben Sie am Boden